Ich bin Wiebke Brems, komme aus Gütersloh und in der Fraktion bin ich für das zuständig, wovon andere nur schön reden. Für den Klimaschutz und den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und hier unten streite ich besonders gerne für den Kohleausstieg. Als ich mit 17 zu den Grünen kam, wollte ich nicht weniger als die Welt retten und das will ich im Grunde genommen immer noch. Unsere Umwelt und unsere Freiheit müssen geschützt und verteidigt werden und das machen die Grünen und deshalb bin ich grün. Als Ingenieurin habe ich technisch an der Energiewende mitgearbeitet und jetzt helfe ich dem Energieland Nordrhein-Westfalen einen neuen Weg einzuschlagen. Mir ist es dabei wichtig, den Ausbau der erneuerbaren Energien im Einklang mit dem Schutz von Mensch und Natur hinzubekommen. Ich versuche mir Zeit für Yoga zu nehmen und wenn ich dann nach einem langen Arbeitstag doch mal auf der Couch Platz nehme, dann schaue ich die ein oder andere Serie. Ich will NRW erneuerbar machen. Wir waren bisher das Kohleland, aber wenn Nordrhein-Westfalen eine Zukunft haben will, dann müssen wir was verändern. Dafür brauchen wir innovative Ideen und viel Engagement und dann schaffen wir das gemeinsam, dass Nordrhein-Westfalen das Land der erneuerbaren Energien wird.